hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge blarit ja wir müssen erst mal gucken wie wir jetzt den sheriff finden wir wollen uns irgendwie mit dem treffen irgendwie und du warst doch vorhin dort oben wie bist du da hochgekommen was los da lang sicher großer weißer baum hatte der sheriff gesagt gesundheit selbst das niesen erschreckt mich schon hier kommen wir nicht hoch hier auch nicht also wir sind okay 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 hier 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 Uh, Lanning, wo sind Sie? Still unter dem Baum. Aber so bin ich. Was? Wir sprechen über den gleichen Baum? White, Leifless, Black Vines all over? Ja, das ist der eine. Schau, das macht nicht Sinn. All of das. Es ist einfach schrecklich. Gott, Alice, es war ein Fehler, dass du hierher kommst. Du willst dich retten, ich verstehe. Wir gehen dann gleich mal in den Bunker rein. Da steht ein Auto, das stand vorher noch nicht. Was? Was? AHHHHH! AHHHHH! In Heaven! ˢ瓦 ˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢˢ Als ob du wo bist? Was ist das? Mann, was für ein Arschlochvieh! Was für ein Rohr, Alter? Ich hab hier ein Monster! Wir gehen in den Bunker, komm mit, Hund! Was ist das? Guess we're not going to find out. Uh... Huh? Wie... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Äh? 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 Auf? Äh? 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 Dann gucken wir mal weiter. Der hört sich an wie ich. Also ja. 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 Also ich sag mal so, der Dude hört sich an wie ich. Äh? 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 Nein, das nicht. Ach, das ist der Junge, den wir suchen. Gibt's hier irgendeinen Hinweis? Nee. Äh? Wie geht das hier auf? Äh? 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 Boah, hier kommt schon eine ganz merkwürdige Musik. Es gibt halt einfach keinen Hinweis. Hilfe. Ich will hier aber auch nie länger bleiben, als ich muss. Ich will hier aber auch nie länger bleiben. Ich will hier. Ich will hier aber auch nie länger bleiben. Ich will hier aber auch nie länger bleiben. Es gibt keinen Hinweis, wie ich das aufkriege. Das ist scheiße. Ich will jetzt aber auch nie stundenlang hier mit verbringen. Hm. Es gibt halt so viele Kombinationen für das Schloss. Ich weiß es einfach nicht. Äh, wir werden das aber in der nächsten Folge versuchen. Ich hoffe es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt. Genießt den Tag und Bye Bye. Tschüss. 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 цен bacteria. Bis zum nächsten Mal.